Da sind wir wieder hier bei Pörl TV und wir haben jetzt was ganz ganz Tolles und vor allem Praktisches für Sie. Und wenn ich sage wir, dann ist bei mir mein Kollege Mr. Gray, also Mr. Grau und ich bin Mr. Pink. Und wir beide haben heute folgende Aufgabe, nämlich mal, ich sag mal so, ein bisschen an die Natur zu denken. Wenn Sie jetzt mal überlegen, wie viele Batterien Sie in Ihrem Haushalt benutzen und wie oft Sie die ergänzen bzw. ersetzen müssen und dann wegschmeißen. Und heutzutage muss man Batterien ja auch fachgerecht entsorgen, haben wir uns gedacht, Moment mal, dem setzen wir ein Ende. Wir haben Akkus für Sie. Und zwar Akkus für alles, was Sie brauchen. Also egal, ob jetzt kleine Geräte, die irgendwie Freude bereiten oder Fernbedienungen oder was auch immer. Diese Akkus sind wirkliche High-Power-Akkus in der Größe 3-fach-A. Die enthalten jeweils 1100 mAh Kapazität und da haben Sie richtig lange was von. Die sind bis zu 1000 Mal wieder auflautbar und haben somit eine extrem lange Lebensdauer und vor allem wichtig, keine Memory-Funktion. Keine Memory-Funktion, das ist genau der Punkt. Wenn Sie vielleicht noch alte Akkus zu Hause haben, dann kennen Sie das. Die sind vielleicht halb leer gelaufen. Zur Sicherheit lädt man sie natürlich dann hoch. Und was merkt sich dieser blöde Akku? Genau diesen halben Ladezustand. Und das ist genau dieser Memory-Effekt, der viele, mich übrigens eingeschlossen, tatsächlich zur Verzweiflung gebracht hat. Kann man hier komplett ausschließen. Die haben über 1000 Ladezyklen. Das heißt, Sie werden für die Fernbedienungen, für die Kinderspielzeuge, die ferngesteuerten Autos, all das, was man eben im Haushalt so hat, immer die passende Ladung parat haben. Das ist eben mal richtig praktisch. Und vor allem dadurch haben wir eine hocheffiziente Geschichte und eine umweltschonende Geschichte. Das heißt, dass klassische Batterien kaufen und die werden ja inzwischen auch immer teurer und teurer und teurer und teurer und teurer ist dadurch schon mal weg. Und wir haben die vier Akkus nicht einfach nur in eine schnöde Packung gepackt, sondern mein Kollege Herr Grau hat gesagt, nein, das muss ja ordentlich verpackt sein. Da hat Herr Pink gesagt, okay, das packen wir zusammen. Und schon haben wir das in so einer richtig tollen Plastik-Schatulle sozusagen. Das heißt, da können Sie genauestens die Sänger zusammenpacken und wissen, welche sind aufgeladen, welche sind nicht aufgeladen. Die fliegen nicht einfach so in der Schublade rum. Und die fliegen zu Ihnen, wenn Sie anrufen. 0180 51 51 3 mal die 2 ist die Nummer des Callcenters. Und wir haben auch eine Bestellnummer für Sie. Genau, das ist die PE 62 16 und die 569. Der Preis liegt bei deutlich unter 7 Euro. Die habe ich auch schon mal in einem fairer Set von den namenhaften Herstellern. Nennen wir sie einfach mal so für um die 15 bis 20 Euro gesehen, je nachdem, was draufsteht. Wir haben natürlich noch eine zweite Garnitur an Akkus für Sie, liebe Zuschauer. Und da sind wir jetzt in der Kategorie Doppel-A angekommen mit je 2700 mAh Kapazität. Auch die natürlich für Fernbedienung, Kinderspielzeug, Kameras, Digitalkameras und was Sie alles zu Hause haben im praktischen Vierer-Sparset für unter 10 Euro. Bei den Preisen kann man nicht meckern. Da kannst du dir gerne mal einen Vorrat zulegen. Da kannst du dir mal einen großen Vorrat zulegen. Und bevor ich mich jetzt wieder verhaskele, denn das war mir relativ wichtig, dass wir es ansprechen, deswegen wollte ich es unbedingt unterbringen, der Memory-Effekt. Jeder Akku hat ja bekanntermaßen die Älteren diese Memory-Effekte. Und dadurch haben Sie niemals, es sei denn beim allerersten Mal, die volle, volle Ladung. Hier garantieren wir Ihnen, dass dieser Memory-Effekt nicht da ist, dass Sie den Akku immer wieder bis an die oberste Leistungsgrenze vollladen können. Und wenn wir von Akkus reden, dann reden wir natürlich auch vom Laden. Und wir wären nicht wir, wenn wir nicht das Passende zum Laden hätten. Richtig. Und da haben wir das gute Stück auch schon, unser sogenannter Rapid Charger. Das ist ein Akkuladegerät für die Doppel-A-Kategorie und für die Triple-A-Kategorie. Das Schöne ist, dass unser Ladegerät hier tatsächlich für jede einzelne Batterie ein eigenes Display-Element hat. Das heißt, Sie können ganz genau sehen, wie sieht denn eigentlich der Ladezustand meines Akkus aus. Ist er vollgeladen, muss er vielleicht noch ein paar Minuten. Und das Schöne ist, der springt automatisch, sobald der Akku voll ist, in eine Art Haltestellung, in eine Art Standby-Stellung ein, dass die Akkus dann immer vollgeladen sind, wenn Sie sie dann tatsächlich zum Einsatz bringen möchten. Wir haben hier einen Ladestrom von maximal 1000 mA. Wir haben eine Ladezeit somit von nur 60 Minuten. Das gilt für die Triple-A, also für die Dreifach-A. Und dann natürlich 180 Minuten für die klassischen Doppel-A-Akkus. Das Ganze ist klasse und wir haben auch eine Entlade-Funktion. Das heißt, selbst bei älteren Akkus verhindert das den Memory-Effekt und verschont sozusagen die Akkus von dem klassischen. Irgendwann will ich nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und vor allem, Achtung, jetzt haben wir noch den Oberknaller für Sie. Entweder klassisch an die Steckdose oder wenn Sie jetzt zum Beispiel campen sind oder Sie sind unterwegs oder Sie wollen zum Beispiel das große Blitzlicht für Ihre Spiegelreflexkamera auf dem Weg zum Urlaubsort laden, können wir Ihnen eine Sache sagen, auch klassisch am Zigarettenanzünder möglich. Ganz genau. Also beides ist drin, sowohl ganz normal am Netzteil als auch eben über die 12-Volt-Zigaretten-Steckdose in Ihrem Auto. Unser Rapid Charger kommt für unter 20 Euro gerne zu Ihnen mit der PX8538 und die 569. Denken Sie an die Natur und an Ihren Geldbeutel. Viel Spaß.